Damit herzlich willkommen zu meinem heutigen Wort zum Sonntag, heute mit dem Thema Spinne ich oder die Post? Also die die Post, die deutsche Post, also dieses Staatsunternehmen, was mittlerweile privatisiert ist, aber es ist ja nun nicht so, dass ich auch mit einem anderen Unternehmen Briefe verschicken kann, also jedenfalls nicht praktisch, auf praktische Art und Weise. Und so ist ja dieses Privatunternehmen mittlerweile in einer Monopolstellung und scheint diese auch, wie ich jetzt also im folgenden Fall auch nicht belegen möchte, das ist falsch formuliert, aber worüber man auch in meinem folgenden Fall, den ich hier erzähle, mal drüber nachdenken könnte, ob das vielleicht nicht was damit zu tun hat. Und zwar ist der Fall, den ich heute erzählen möchte, schon ein bisschen älter. Das hat damit zu tun mit der Krankheit, die ich hatte und auch dem technischen Problem. Dadurch rede ich jetzt von einem Fall, der Ende Oktober bezüglich des Schriftverkehrs seinen Lauf nahm. Und zwar ist mir aufgefallen, dass extrem viele, etwas dickere Briefe nicht ankamen. Also es war ein kleines Objekt in den Briefumschlägen in vielen Fällen und der kam entweder gar nicht an oder leer an oder beschädigt an, auf jeden Fall nicht ordnungsgemäß an. So. Um jetzt die Fehler einzugrenzen, woran es liegen könnte, bin ich dann mit dem, wo ich meine, dieser Briefumschlag kann jetzt verschickt werden, ich möchte aber, dass er ankommt, gehe ich in eine Postfiliale und gehe dort zum Schalter und sage so und so, dieser Brief soll verschickt werden, ich bezahle den und dann ab. Der hat den vermessen, gewogen und dann gesagt, damals waren es noch 58 Cent. So. Und nachher wurde es dann geändert auf 60. So. Trotzdem kommen die Briefe beschädigt an. Und dann denke ich mir, es wäre doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man als Unternehmen sagt, es ist ja ein Absenderstempel jedes Mal drauf. Wenn man dem Absender mitteilt, passen Sie mal auf, mit Ihrem Brief gab es ein Problem. Ich meine, das trat ja nicht nur einmal auf, das trat ja mehrfach auf. Und immer mit demselben Absender. Da werde ich doch skeptisch. Auch als Postbote oder wenn ich solche, in einer Maschine werden die verarbeitet, wenn ich solche Briefe dann auch habe. Da werde ich doch skeptisch eigentlich. Da wäre es doch eigentlich vielleicht mal angemessen, dem Kunden, in dem Fall bin ich das, der den Brief bezahlt hat, doch auch irgendwie mal zu informieren. Und ich meine, das ist ja sowieso grundsätzlich komisch. Ich gehe ja extra schon in die Filiale hin und gebe das dort ab und gehe ja nicht umsonst dahin, sondern ich möchte, dass der dann auch fachgerecht abgenommen wird. Ich meine, wir leben im Bürokratiewahn. Wir leben hier in Deutschland. Das ist doch eigentlich möglich, dass doch vielleicht mal der Brief dann fachgerecht abgenommen wird. Das heißt, das Verschulden liegt auch noch nicht mal bei mir. Jedenfalls meiner Meinung nach nicht. So. Lange Rede, wenig Sinn. Ich habe dann natürlich den Postbeamten am Schalter darauf angesprochen. Der hat mir dann eine schöne Karte gegeben, wo man also eine Hotline anrufen konnte. Das Problem ist, ja, die sagen es immer, wir leiten es weiter. Falls der Inhalt auftaucht, stellen wir den zu. Ja, da passiert natürlich nie wieder was. Das ist doch logisch. Also hat man das schon mal gehört, dass irgendein Paket tatsächlich mal dann nachgesendet wurde oder so? Also ich hatte das bis jetzt in meinem Leben nur ein einziges Mal. Also das ist bei den Zwischenfällen, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, keine besonders hohe Quote. Und ich habe also kaum einen Zweifel daran, im Grunde genommen ehrlich gesagt gar keinen, dass sich da niemand darum kümmert, irgendwelche Pakete zu suchen. Nun ist das ja auch nicht Aufgabe der Post, irgendwelche Pakete zu suchen, wo möglicherweise der Kunde selbst die Schuld von ausging, wo der Kunde das selbst verschuldet hat. Nur in meinem Fall ist es ja nachgewiesenermaßen nicht so. Also nachgewiesenermaßen aus meiner Sicht. Also wenn ich zum Schalter gehe, dann ist für mich klar, das sollte die sicherste Methode sein, wie man den Brief verschickt. So. Ich habe mich deshalb, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, was macht man in so einem Fall? Man richtet sich an ein Beschwerdezentrum. Da habe ich gedacht, naja gut, ich kenne jetzt ja kein Beschwerdezentrum. Und was mache ich da? Ich habe mir einfach Folgendes überlegt, ich fand das ganz pfiffig, wenn man einen Brief in den Briefkasten wirft, wo drauf steht, an die nächstgelegene Beschwerdestelle der Deutschen Post. Dieser Brief müsste ja ankommen, so war meine Überlegung. Das ist ja eindeutig. Es ist zwar keine direkte Adresse, aber das betrifft ja die Post sogar selbst. Die werden ja das wohl selber wissen, wo sie sind. Ja, so. Und der Brief kam auch schon mal an. Ich habe folgenden Brief geschrieben. Ich trage das eins zu eins vor. Zum einen deshalb um es hier in dem Podcast, ich erzähle ja den Fall, dann möchte ich den auch in Gänze erzählen. Deswegen trage ich das vor. Und es ist auch überhaupt gar keine Gefahr, dass ich von irgendwelchen Personen irgendwelchen persönlichen Schriftverkehr preisgebe, denn das ist alles maschinell erstellt. Also insofern auch da Briefgeheimnis und so weiter und Persönlichkeitsrecht greifen hier nicht. Ich habe folgenden Brief geschrieben. Meine Adresse, Mittwoch, der 29. Oktober 2014. Wie gesagt, es ist schon ein bisschen länger her. Aber der Fall lag jetzt einfach nur, also es ist nichts in der Zwischenzeit passiert. Dann an die nächstgelegene Beschwerdestelle der Deutschen Post. Betreff. In der Poststelle abgegebene Briefe kommen ohne Inhalt an. Sehr geehrte Damen und Herren, ich versende regelmäßig mit der Deutschen Post Kompaktbriefe. Seit diesem Jahr passiert es fast durchgehend, dass die Briefe ohne Inhalt oder gar nicht ankommen. Ich hätte dazu mal ein paar Fragen. So, da habe ich Fragen gestellt, weil Fragen, das sind ja keine Anschuldigungen, das sind ja keine Feststellungen, sondern das sind ja Fragen. Und Fragen, das wird man ja wohl noch dürfen, habe ich gedacht. Und deswegen habe ich die Fragen gestellt. Folgende. Erstens. Warum werden Briefe, die offensichtlich beschädigt wurden beim Transport, vom Briefträger trotzdem in den Briefkasten geworfen? Zweitens. Warum erhält man als Absender keine Benachrichtigung, dass es Probleme mit einer Sendung gab? Drittens. Warum kommen Briefe nicht an, die von einem Beamten an der Poststelle abgenommen und vor Ort frankiert werden? Viertens. Warum heißt es bei der Hotline stets, man kümmere sich darum, aber es meldet sich nie wieder jemand? Fünftens. Was passiert mit dem Inhalt der Briefe? Sechstens. Wie kommt es zu diesem Problem? Siebtens. Warum tritt dieses Problem erst seit diesem Jahr auf? Mir ist ein Sachschaden von circa 50 Euro entstanden und ich bin stets bemüht, in diesem Brief einen sachlichen Ton anzuschlagen. Es geht ja nicht wirklich um den Schaden, der entstanden ist, sondern es ärgert mich einfach, dass so mit Kunden umgegangen wird und dieser letztendlich der Geschädigte ist, obwohl er dafür gar nichts kann. Ratschläge helfen übrigens auch nicht weiter. Die Briefe sind im Standardformat, halten die Maße ein und sind ausreichend frankiert, in vielen Fällen vom Postbeamten abgenommen. Über eine Rückmeldung und Antworten auf die Fragen freue ich mich sehr. Mit freundlichen Grüßen. Ich. Also mein Name steht da noch. So. Das war der Brief, den ich geschickt habe und ich finde, also ich bin der Meinung, man muss nicht jetzt mir, also jetzt arschkriecherisch bei mir ankommen und sagen, ach, das tut uns aber leid und oh, oh, oh. Und wir erstatten ihnen das natürlich und legen noch einen Eiskutschein obendrauf oder was. So muss man ja nicht ankommen. Aber ich finde, die Fragen, die ich gestellt habe, die wird man ja immerhin wohl beantworten können. Das wird ja wohl möglich sein oder zumindest einige davon. Zum Beispiel hätte es sein können, wie eine Inhaltsprüfung oder eine Überprüfung auf Beschädigung, auf äußere Beschädigung ist von einem Postboten nicht vorgesehen. Damit ist er von uns nicht beauftragt worden zum Beispiel. Wäre einem, weiß ich nicht, ob es so ist, aber das wäre eine Möglichkeit, dass man einfach ein bisschen Klärung reinbringt und damit man weiterkommt. So. Ich habe stattdessen eine Antwort, also eine Antwort habe ich erhalten, immerhin. Und die Antwort lautet folgendermaßen. Ich habe also den Brief ja per Post weggeschickt und auch per Post eine Antwort erhalten. Oben zuerst, also ganz oben steht Kundenservice Deutsche Post. Dann meine Adresse, darunter dann Ihr Anliegen vom 29.10., Inhaltsschmälerung. Sehr geehrter Herr, vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir verstehen gut, dass Sie sich über den fehlenden Inhalt Ihrer Sendung ärgern. Ein sorgfältiger Umgang mit den uns anvertrauten Briefen ist für uns selbstverständlich. Sollten dennoch einmal, wie in Ihrem Fall, Gegenstände aus beschädigten Briefsendungen abhanden kommen, helfen wir Ihnen unter der Rufnummer 0228 4333 111 gerne weiter. Alternativ können Sie uns auch online unter www.deutschepost.de-nachforschungsauftrag einen Nachforschungsauftrag erteilen. In vielen Fällen ist eine solche Suche erfolgreich und der Sendungsinhalt kann, wenn auch verspätet, ausgeliefert werden. Wichtig hierbei ist, dass Sie bitte die vermissten Gegenstände, die keine Hinweise oder Rückschlüsse auf den Eigentümer geben, möglichst genau beschreiben. Das ermöglicht uns eine schnelle Suche. In unseren Briefzentren bearbeiten wir Briefe überwiegend maschinell. Sie eignen sich deshalb nur bedingt für die Beförderung von Gegenständen, vor allem, wenn diese so verpackt sind, dass Sie die Bearbeitung durch unsere Sortiermaschinen wahrscheinlich nicht unbeschadet überstehen. Deshalb unser Hinweis, achten Sie künftig bitte besonders auf eine sorgfältige Verpackung Ihrer Sendungsinhalte. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kundenservice. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und Euch geht, wenn Ihr das hört, was ich vorlese, aber mir kommt es so vor, als hätte man an einem PC auf ein paar Knöpfe gedrückt und eine Standardantwort ausgespuckt und diese an mich geschickt. Und das, muss ich sagen, finde ich ziemlich frech. So geht man nun wirklich nicht mit Kunden um. Und deshalb habe ich einen zweiten Brief aufgesetzt mit dem Betreff, ist das Ihr Ernst? Ihr Schreiben vom 3.11.2014, Zeichen sowieso. Sehr geehrte Damen und Herren, ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben mit dem Zeichen so und so und wollte einfach mal fragen. Meinen Sie das ernst? Ich hätte zudem noch ein paar weitere Fragen. Erstens, halten Sie den Kunden für so bescheuert, dass er sich mit einer solchen standardisierten Antwort, die nicht mal unterschrieben ist und wahrscheinlich gänzlich aus der Maschine kommt, zufrieden gibt? Zweitens, sind Ihnen unbürokratische Wege, also ohne Floskeln und mit tatsächlichem Inhalt, zu anstrengend? Drittens, können Maschinen nicht sinnentnehmend lesen oder sind Ihre Mitarbeiter bescheuert? Ein Kontakt zu einer Hotline hilft, wie in meinem vorherigen Schreiben ja schon erklärt, in der Regel nicht weiter. Das ist Erfahrungssache. Glauben Sie, ich schreibe sonst extra einen Beschwerdebrief? Ich würde mir wirklich wünschen, ernst genommen zu werden. Bürokratisches Rumgezeter hilft doch wohl keinem. Es gibt deswegen nur das. Entweder Sie antworten konkret auf meine beiden Schreiben und kümmern sich um die Anliegen Ihrer Kunden oder Sie lassen es. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, mein Name. Ich finde, auch wenn vielleicht dort eine gewisse Polemik von mir an den Tag gelegt wurde, nach dem Motto, können Maschinen lesen oder sind Ihre Mitarbeiter bescheuert, finde ich doch, dass dies eine angemessene Reaktion auf diesen Brief ist. Und die Post hat mir auch dann wieder geantwortet mit dem Betreff, ihr Anliegen vom 4.11. Kundenservice. Sehr geehrter Mhmm. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Sie haben sich die Mühe gemacht, uns Ihre Erfahrungen mit unserem Service zu schildern. Zu denen haben Sie drei Fragen gestellt, auf die hier nicht näher einzugehen ist. Dafür sagen wir Danke. Unser Anspruch ist es, für Sie gut erreichbar zu sein, Ihnen zufriedenstellende Lösungen anzubieten und diese auch umzusetzen. Dass wir das in Ihrem Fall nicht geschafft haben, tut uns leid. Für Ihren kritischen Hinweis sind wir Ihnen sehr dankbar. Er hilft uns, unseren Kundenservice zu verbessern und so zu erbringen, wie Sie ihn von uns erwarten. Haben Sie noch Fragen rund um Deutsche Post DHL? Dann melden Sie sich bei uns. Wir sind gerne für Sie da. Mit freundlichen Grüßen. Ihr Kundenservice. Ja, liebe Deutsche Post, ich sag mal Danke für gar nichts. Ich bleib dann wohl auf meinem Schaden gänzlich sitzen. Gut, ihr habt, wie ich eingangs schon gesagt habe, auch nichts anderes erwartet. Verzichte, glaube ich, demnächst darauf, auch nur einen Zettel Papier für euch zu verschwenden. Würde euch einen Stinkefinger zeigen, wenn das hier ein Bewegt-Bild-Magazin wäre und wünsche Ihnen und euch eine angenehme Woche. Bildet euch eure eigene Meinung und teilt sie mir vielleicht in den Kommentaren mit. Fandet ihr das in Ordnung, diesen etwas polemischen und sarkastischen Ton, den ich hinterher angeschlagen habe, oder eher nicht? Oder sagt ihr, naja, wo ihr Kundenservice drunter steht und noch nicht mal jemand die Eier hat, mit persönlichem Namen auf das zu reagieren, was man ja selber auch mit persönlichem Namen schreibt. Da darf man auch auf jeden Fall mit so umgehen. Das schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare und das ist nicht wieder hier so ein Liked mich und schreibt es in die Kommentare und ich lese es mir auf jeden Fall durch. Nein, nein, wir sind hier unter uns. Das hat ja was weiß ich wie wenig Zuhörer hier. Also interessiert es mich wirklich tatsächlich. Und ich sage mal bis nächste Woche. Achso, Moment. Ich habe noch genau. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt auf die Idee gekommen bin, die Post ist scheiße. Die Idee habe ich natürlich schon sehr lange und ich wollte einfach mal gucken, was passiert. Wenn man sich wirklich, man ärgert sich immer über die Post, aber ich dachte, was passiert, wenn man wirklich sich mal hinsetzt und sagt, wir stellen der Post einfach mal ein paar Fragen. Also das war tatsächlich wirklich mein Anliegen. Und das kam bei raus, also die Post ist scheiße, das ist für mich jetzt eine Feststellung. Und die Idee, dass die Post wohl nicht so ganz das ist, was sie verspricht, die hatte ich auch schon vor elf Jahren. Denn ich habe vor elf Jahren eine Parodie geschrieben auf diesen Werbespot, der damals im Fernsehen lief. Der war so, ja, wer verbindet zig Millionen Menschen weltweit und Milliarden und wer hat zigtausende Filialen in ganz Deutschland und so? Ein Automobilhersteller? Nein, die Deutsche Post. Menschen erreichen. So, und den Spot fand ich damals schon so scheiße, dass ich dazu eine Parodie geschrieben habe, wie gesagt. Und die hört ihr jetzt noch im Anschluss. Und ich, das ist sozusagen der Rausschmeißer für diese Woche. Und ich sage hoffentlich bis nächste Woche. Ciao. Wer ist so unkompetent wie kein Zweiter? Ein Automobilhersteller? Wer schafft es nicht, die einfachsten Anforderungen der Kunden zu erfüllen? Eine Supermarktkette? Wer versteht nichts von Pünktlichkeit und kompetenter Arbeit? Ein Telefonanbieter? Wer ist extrem lahmarschig und braucht Ewigkeiten für das Angeforderte? AOL? Nein, die Deutsche Post. Menschen muss man weichen.